Die Nacht zum 18. Oktober 1977 ist eine Nacht, die in die Geschichte eingeht, und zwar mit einem ziemlich martialischen Titel. Es ist die Todesnacht von Stammheim. Stammheim, das ist ein kleiner Ort bei Stuttgart, in dem sich ein Hochsicherheitsgefängnis befindet. Und Ende der 1970er Jahre war es nicht nur irgendein Hochsicherheitsgefängnis, sondern das, in dem einige der am meisten gefürchteten Terroristen des Landes untergebracht waren. Gudrun Ensslin, Jan Karl Raspe und Andreas Bader, Terroristen der sogenannten Rote Armee Fraktion, kurz RAF. Und genau diese drei Leute haben sich in der Nacht auf den 18. Oktober das Leben genommen. Die Umstände dahinter sind bis heute nicht ganz aufgeklärt, aber was man stattdessen sehr gut kennt, das ist die Beschaffenheit ihrer Gehirne. Denn kurz nach dem Tod der Terroristen wurden die Gehirne entnommen und untersucht. Und das Ziel damals war, man wollte feststellen, ob es bestimmte körperliche Merkmale gibt, die jemanden zum Terroristen werden lassen. Das Ergebnis? Nein, das lässt sich nicht wirklich sagen. Denn anders als beim Gehirn der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof gab es bei ihren drei Genossen keine Auffälligkeiten. Und auch von anderen Untersuchungen weiß man inzwischen, so eine Art Extremismus-Gen, das scheint es nicht zu geben. Dafür aber einige andere Dinge, die einen Menschen zum Extremisten werden lassen. Aber welche sind das? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr selbst zum Extremisten werden könntet? Genau darum geht's jetzt. Wenn ihr das Wort Extremismus hört, woran denkt ihr dann zuerst? Wahrscheinlich fallen euch dann Ereignisse ein wie diese hier. 19. Dezember 2016. Ein islamistischer Attentäter steuert einen Lkw mitten in einem Weihnachtsmarkt in Berlin. Elf Menschen sterben. Oder 19. Februar 2020. Ein fanatischer Neonazi tötet in der hessischen Stadt Hanau in und vor zwei Shisha-Bars neun Menschen und danach zu Hause seine Mutter und ein Mände sich selbst. Und am frühen Morgen des 18. März 2015 nehmen extremistische linke Gruppen die Eröffnung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank zum Anlass für Randale in der Stadt. 150 Menschen werden verletzt, Polizeiautos werden angezündet, in denen noch Menschen sitzen, ein großer Sachschaden entsteht. Das alles sind Beispiele für Extremismus und sie zeigen, das ist nicht nur irgendeine Bagatelle, sondern Extremismus ist richtig gefährlich. Ganz wichtig dabei ist, dass man unterscheidet. Und zwar zwischen zwei Wörtern. Einmal zwischen dem Wort radikal und zwischen dem Wort extremistisch. Denn radikal zu sein, das ist nicht zwangsläufig etwas, das mit unseren Gesetzen in Konflikt kommt. Wenn sich jemand zum Beispiel dafür einsetzt, dass sich unser Wirtschaftssystem radikal ändert und wir eine neue Form des Handels finden sollen, dann ist das zwar vielleicht ziemlich groß gedacht, aber noch keine Gefahr für unsere demokratische Ordnung. Gefährlich wird es allerdings dann, wenn nicht nur Gewohnheiten geändert werden sollen, sondern unsere gesamte politische und gesellschaftliche Ordnung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz formuliert es auf seiner Website so. Als extremistisch werden die Aktivitäten bezeichnet, die darauf abzielen, die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen. Die Bundeszentrale für politische Bildung ergänzt dazu noch, dass Menschen, die extremistisch handeln, nicht vor der Anwendung von Gewalt zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Und damit haben wir auch schon unsere Definition. Ein Extremist oder eine Extremistin will vereinfacht gesagt unsere Demokratie beseitigen und wendet dazu oft Gewalt an. Wenn das passiert mit der Gewalt, dann spricht man auch von Terrorismus. Einige Beispiele für solche terroristischen Taten habe ich vorhin schon genannt und damit auch schon die drei Hauptfelder für Extremisten angesprochen. In alphabetischer Reihenfolge Linksextremismus, Rechtsextremismus, religiöser Extremismus. Über die Unterschiede der verschiedenen Formen sprechen wir nachher noch ein bisschen genauer. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der großen Frage aus dem Titel dieses Videos. Könntet ihr selbst zu Extremisten und damit auch zu potenziellen Terroristen werden? Die Antwort darauf ist erstmal ganz allgemein ja. Ganz theoretisch könnte jeder von uns zu einem Extremisten bzw. zu einem Terroristen werden. Wie vorhin gesagt, es gibt, sagt zumindest die Forschung, bisher keine Ansätze dafür, dass extremistisches Verhalten irgendwie angeboren ist. Allerdings, Geburt ist schon ein ganz gutes Stichwort, denn schon kurz danach kann der Grundstein für das spätere Verhalten gelegt werden. Das wisst ihr sicherlich. Und damit sind wir auch schon bei den beiden wesentlichen Ursachen dafür, warum jemand zum Extremisten wird. Nämlich erstens individuelle Merkmale und zweitens soziale Merkmale. Das zumindest ist das Ergebnis einer großen Vergleichsstudie des Leibniz-Instituts Hessische Friedens- und Konfliktforschung und des Peace Research Institute Frankfurt. Das habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Die Forscherinnen und Forscher dieser beiden Einrichtungen haben sich alle relevanten Veröffentlichungen zu diesem Thema seit 1986 genauer angeschaut und bewertet. Mehr als 100 Veröffentlichungen waren das. Dabei wurde sowohl nach Gemeinsamkeiten geschaut, als auch nach Unterschieden und alles mit dem aktuellen Forschungsstand abgeglichen. Das ist eine riesige Aufgabe, könnt ihr euch schon vorstellen. Das Ergebnis ist aber unglaublich interessant, finde ich zumindest. Für dieses Video hier gilt diese Vergleichsstudie als Grundlage, aber auch einige andere Untersuchungen, die unabhängig davon veröffentlicht wurden. Einige Quellen davon, die öffentlich zugänglich sind, findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt. So und wir starten jetzt mit den individuellen Merkmalen und nehmen uns dafür ein ganz konkretes Beispiel, an dem sich das gut nachvollziehen lässt. Anis Amri. Der Mann, der auf dem Berliner Weihnachtsmarkt elf Menschen getötet hat. Was weiß man über ihn? Anis Amri ist als eines von neun Kindern in Tunesien in großer Armut aufgewachsen. Seine Eltern mussten hart arbeiten und waren kaum zu Hause, als er ein Kind war, haben sie sich schließlich auch noch getrennt. Amri hat im Alter von 15 Jahren die Schule abgebrochen und ist dann in die Kriminalität abgerutscht. Diebstähle, Drogenhandel und Gewaltverbrechen waren für ihn an der Tagesordnung. Und 2011 kam er dann nach Italien und konnte so vor einer fünfjährigen Haftstrafe in Tunesien fliehen. Allein an dieser kurzen Biografie kann man schon eine ganze Menge Merkmale ablesen, die ein späteres extremistisches Verhalten auslösen können. Nämlich vor allem die Kindheit. Anis Amri hat, das bestätigen Menschen, die ihn noch von damals kennen, nie wirklich in Geborgenheit gelebt. Seine Eltern waren kaum für ihn da und er wirkte für sie als Last. Musste früh mit ansehen, wie eine für ihn wichtige Beziehung, nämlich die seiner Eltern, in die Brüche gegangen ist. Das kennen sicher viele Scheidungskinder, die das auch schon erlebt haben. In der Studie, die ich vorhin kurz genannt hatte, heißt es dazu, ein oftmals aus Mangel an elterlicher Zuwendung herausentwickelter narzisstischer Persönlichkeitsstil, der sich durch ein übersteigertes Selbst, Grandiositätserleben, Empathiedefizite sowie leichte Kränkbarkeit auszeichnet, zählt zu den psychologischen Vulnerabilitäten für Radikalisierungsprozesse. Diese Merkmale wirken stabilisierend auf den Selbstwert, in dem die anderen durch ausgeprägte Empathielosigkeit erfolgreich entwertet und dehumanisiert werden können. Das heißt, fehlt bei Kindern die Zuneigung der Eltern, kann sich das schon sehr früh sehr negativ auf die Entwicklung der Persönlichkeit auswirken. Beispiele dafür gibt es in der Geschichte endlos viele. Egal ob jetzt Diktatoren wie Adolf Hitler oder Josef Stalin oder Gewalttäter wie Anders Breivik, bei ihnen allen haben Psychologen diagnostiziert, dass schon sehr früh extrem viel falsch gelaufen ist. Das soll die Taten jetzt auf gar keinen Fall entschuldigen, die diese Menschen begangen haben, aber zumindest macht es sie ein kleines bisschen erklärbarer. Und wenn das Fundament bei einem Menschen schon mal nicht stimmt, dann kann es deutlich schneller in eine falsche Richtung gehen als bei anderen, die gefestigter sind. Die Forschung hat herausgefunden, wer mit diesem Mindset aufwächst, der neigt auch eher zu sogenanntem Sensation Seeking. Das heißt, man braucht immer wieder einen ganz besonderen Kick. Das normale Leben reicht einem nicht. Und genau diesen Kick kann man bekommen, indem man etwas Verbotenes macht. Auch dazu passt die Biografie von Anis Amri ganz gut. Und vor allem dazu passt auch das, was der Terrorismusforscher Rajan Basra und seine Kollegen in einer Studie herausgefunden haben. Demnach hatten 65 Prozent aller Untersuchten aus Europa zum selbsternannten Islamischen Staat übergelaufenen Terroristen eine kriminelle Vergangenheit. 65 Prozent. Ähnliche Erkenntnisse gibt es zu extremistischen Straftätern auch aus dem rechtsradikalen Milieu und auch zu linksextremen Straftätern. Aber zu diesem Hang zum Extremen kommt noch was anderes. Und das ist entscheidend. Auch bei Anis Amri hat das eine große Rolle gespielt. Eine tiefe innere Unsicherheit. Man fühlt sich nicht angenommen. Man weiß nicht, welchen Platz man hat in der Welt und ist auf der Suche nach einer eigenen Identität. Und genau das macht es extremistischen Gruppierungen vergleichsweise einfach, diese Menschen anzusprechen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Nämlich bei Punkt Nummer zwei, bei den sozialen Merkmalen. Ich denke mal, jeder von uns kennt das Gefühl, irgendwo nicht dazu zu gehören. Das kann was ganz Harmloses sein, wie wenn man merkt, dass alle um einen herum gerade einen anderen Musikgeschmack haben. Oder etwas sehr Ernstes, wie zum Beispiel systematisches Mobbing in der Schule. Erinnert ihr euch noch an den Attentäter, der 2016 vor einem Fastfood-Restaurant in München neun Menschen und später sich selbst erschossen hat? Ein 18-Jähriger, mutmaßlich rechtsextrem, der viele Jahre in der Schule gemobbt wurde. Solche Formen der Ausgrenzung können in Kombination mit den entsprechenden Persönlichkeitsmerkmalen Menschen zunehmend radikalisieren. Vor allem heute, wo fast jeder einen Internetzugang hat. Im Netz gibt es, und das wisst ihr auch, jede Menge Gruppen, die ganz gezielt auf der Suche nach vor allem jungen Menschen sind, auf die genau dieses Bild passt. Schwierige Kindheit, ausgegrenzt, auf der Suche nach einem besonderen Kick. Der Islamische Staat hat in Videos ganz gezielt damit geworben, dass man in Syrien das große Abenteuer erleben könnte, in dem Bürgerkrieg dort. Und auch schon im sogenannten Dritten Reich wurden Jugendliche ganz gezielt mit speziellen Events wie Zeltlagern angesprochen, um sie über die Hitlerjugend an die Nazi-Ideologie zu binden. Und haben die Menschen dann mal angebissen, dann werden sie sehr schnell in die jeweilige Gruppe integriert. Und das Tor nach außen, das wird verschlossen. Und nicht nur das, in der Vergleichsstudie von vorhin heißt es außerdem, extremistische Gruppen und Akteure machen sich diesen Mechanismus von Intergruppenbeziehungen zunutze, indem sie ein stark vereinfachtes Weltbild von richtig und falsch sowie gut und böse vermitteln. Die vermeintlichen Verursacher individueller und kollektiver Problemlagen werden in diesen Narrativen klar benannt, wodurch für die Betroffenen ein potenzieller Handlungsdruck aufgebaut wird. Das heißt, den Menschen, die auf der Suche nach Orientierung sind, weil sie mit sich selbst nicht im Reinen sind, wird direkt gesagt, schau mal, genau dort ist die Ursache für das, was dich fertig macht. Hier sind die Schuldigen, gegen die musst du was unternehmen. Besonders in die Karten spielen extremistischen Gruppierungen dabei Krisensituationen, die bei anfälligen Menschen als so eine Art Auslöser wirken können, als Trigger. Solche Lebensereignisse können zum Beispiel sein, der Tod eines nahen Angehörigen, eine traumatische Erfahrung oder aber auch, und das ist auch ganz wichtig, eine tatsächliche oder gefühlte Bedrohungslage. Zum Beispiel die Corona-Krise. Laut einer Recherche der ZDF-Sendung Frontal21 haben extremistische Gruppierungen im Netz seit Beginn der Corona-Krise einen starken Zuwachs an Anhängern. In Deutschland aber auch international. Mehr darüber erfahrt ihr in diesem Video hier, das ich euch oben auf dem i verlinkt habe. Aber auch andere politische oder gesellschaftliche Ausnahmesituationen können triggernd wirken. Denken wir zum Beispiel an die vielen Anschläge gegen Asylbewerberheime ab 2015, als plötzlich sehr viele Menschen aus Syrien und anderen Ländern zu uns nach Deutschland gekommen sind, was dann wiederum offenbar andere verunsichert hat. Das heißt also, hattet oder habt ihr eine schwierige Kindheit, musstet oder müsst ihr Ausgrenzung erleben und fühlt ihr euch angezogen von Menschen, die die Welt einfach in schwarz-weiß teilen? Dann gibt es zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu Extremisten werden könntet. Zwangsläufig ist das aber natürlich nicht. Es kommt immer auf das Umfeld an. Und genauso selbstverständlich ist auch, das alles muss gar nicht unbedingt die Ursache sein. Manchmal reicht zum Beispiel auch das Gegenteil zu entsprechenden Reaktionen. Also helikopterhaftes Verhalten der Eltern oder das Erleben von großer Ungerechtigkeit, um dann letztendlich extremistisch zu werden. Gerade das Zweite beobachten Forscher vor allem im linksextremen Milieu vergleichsweise häufig. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, nämlich bei der Unterscheidung der Formen von Extremismus. Da differenzieren sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die Forschung vor allem in drei Richtungen. Religiösen Extremismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, wie vorhin schon mal angesprochen. Religiöser Extremismus interpretiert eine religiöse Lehre so, dass sie über unserer demokratischen Ordnung steht. Die Lehre wird als Legitimation dafür genommen, Gewalt gegen Ungläubige auszuüben bis hin zum Mord. Die momentan am meisten ausgeprägte Form des religiösen Extremismus ist der Islamismus, zu dem ich auch schon mal einige Videos gemacht habe. Aber auch zu christlichem Terrorismus findet ihr ein Video von mir, das ist oben auf dem i verlinkt. Linksextremismus ist eine Sammelbezeichnung für verschiedenste Gruppierungen. Gemeinsam haben sie fast alle, dass sie unser jetziges System ablehnen und in ein sozialistisches, ein kommunistisches oder auch in ein anarchistisches System umwandeln wollen. Am Ende soll dann eine Gesellschaft stehen, in der alle gleich sind. Klingt erstmal gut, aber dieses Ziel soll mit Gewalt umgesetzt werden. Mehr rund um Linksextremismus findet ihr in dem Video, das ich euch oben auf dem i verlinkt habe. Und Rechtsextremismus bedeutet, es wird nationalistisch und rassistisch gedacht. Rechtsextremisten definieren ganz eindeutig, wer ihrer Meinung nach zu einer Gesellschaft gehören darf und wer nicht. Sie setzen sich außerdem für ein autoritäres System ein, das keine Opposition und keinen Widerspruch zur eigenen Linie duldet. Letztendlich eine Diktatur. Auch dazu findet ihr oben auf dem i ein Video von mir. Und diese Verlinkungen sind auch wirklich wichtig, denn natürlich könnte man über die jeweiligen Formen des Extremismus selbst stundenlang sprechen. Ich habe es hier nur mal ganz verkürzt gemacht. Schaut da also bitte unbedingt mal rein. Die große Frage ist natürlich, wie kann man denn verhindern, dass Menschen zu Extremisten, zu Terroristen werden? Dafür ist es ganz wichtig, genau die Ursachen zu kennen, über die wir in diesem Video gesprochen haben und sie aktiv anzugehen. Nur so kann man wirklich etwas gegen Extremismus und Terrorismus unternehmen. Aber was meint ihr? Was sollte noch getan werden? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und bitte bleibt fair. Ich weiß, bei solchen Themen ist es immer sehr emotional, aber ihr kriegt das hin, fair darüber zu diskutieren. Extremismus, das ist auch das Oberthema eines Schwerpunkts der Kollegen von Funk. Da gibt es noch viele andere Videos drüber. Findet ihr in dieser Playlist hier neben mir verlinkt. Schaut da unbedingt rein. Wirklich spannend. Und eines dieser Videos ist von den Kollegen von Represent. Habe ich euch nochmal extra verlinkt. Da unbedingt auch reinschauen. Danke dafür. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.